Billy Biber hat im Fluss mühsam Holzstämme aufgestapelt. Doch die frechen Biberkinder versuchen immer wieder die Stämme zu stibitzen. Billy Biber, das Biberfreche Geschicklichkeitsspiel. Wer schafft es als erster, zwei Stämme jeder Farbe einzusammeln? Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hoppla, plötzlich fällt der Holzstapel mit Radau zusammen und Billy Biber meckert, was das Zeug hält. Auf ein Neues. Geschafft. Jetzt schnell nachsehen, was die magische Zauberfolie zeigt. Aber Achtung, hier und da haben sich Holzwürmer versteckt. Und diese Stämme zählen leider nicht. Wer kann Billy wohl überlisten? Billy Biber, das Biberstarke Geschicklichkeitsspiel für ein bis vier Spieler ab vier Jahren.